Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um die Fortsetzung unserer Zeitachse innerhalb der 70. Jahrwoche in Verbindung mit Hamageddon und dadurch, dass wir jetzt ein bisschen einen Überblick haben, können wir jetzt auch die Posaunengerichte, die fünfte, sechste, siebte Posaune und auch einige der Schalengerichte da mal einordnen. Das hilft uns jetzt, das besser zu verstehen und zuordnen zu können. Es gibt für diese Siegelgerichte, Posaunengerichte, Schalengerichte auch schon Videos. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut euch die zuerst an, weil ich das ein bisschen einen Überblick gebe, eine Erklärung gebe, wie diese Posaunen und die, also die Siegel und die Posaunen und die Schalengerichte zusammengehören. Meiner Meinung nach zeigen die Siegelgerichte den Ablauf der ganzen Weltgeschichte, vom Anfang bis zur Wiederkunft Jesu Christi, bis zum Kommen des Lammes. Und dann macht die Bibel so eine Zoom-Stufe, dann geht ihr ein bisschen näher ran und dann kommen die Posaunengerichte, die beschäftigen sich nur mit der Israelsgeschichte, also innerhalb der Welt, speziell fokussiert auf Israel. Und dann macht die Bibel noch einen Zoom und dann geht sie noch näher ran. Und dann geht es um die Schalengerichte, die betreffen die 70. Jahrwoche, speziell die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Also es praktisch läuft so wie so ein Fokus zusammen. Das schauen wir uns jetzt mal an im Video. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Wie wir gerade gesehen haben, umfasst die fünfte Posaune die ersten 150 Tage der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Die sechste Posaune beschreibt das Heranziehen der Neo-Assyrer, der Könige vom Euphrat. In Offenbarung 9 steht, und der sechste Engel posaunte und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Das ist also das Zweistromland und von dort aus zieht, genau wie in der Antike auch, das Assyrische Reich, das endzeitlich-asyrische Reich, also das, so wie ich das genannt habe, das Neo-Assyrische Reich vom Euphrat nach Süden vor in Richtung Syrien und später auch in Richtung Hamageddon. Vers 15 steht, und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr. Also dieser Zeitpunkt ist ganz genau definiert, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des riesigen Volkes war viel tausend mal tausend. Und ich hörte ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse im Gesicht und die darauf saßen, dass sie hatten feurige, bläuliche und schweflige Panzer. Das erinnert an Feuer, Rauchdampf und Schwefel, so wie bei Explosivgeschossen. Johannes beschreibt hier im Jahr 90 nach Christus etwas, was erst tausend nach Christus von den Chinesen erfunden worden ist. Und er kleidet das hier in die Worte, die ihm damals zur Verfügung standen. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihrem Munde ging Feuer, Rauch und Schwefel. Also Feuer wie feurig, Rauch wie bläulich und Schwefel wie schweflig. Ja, da werden vielleicht Explosivgeschosse beschrieben, vielleicht Kanonen, vielleicht Panzer. Das sind aber nur Vermutungen und hier im Text auch nur vage Andeutungen in der Sprache der Antike. Von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, also auch hier wieder feurig und bläulich und Schweflig, der aus ihrem Munde ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denselben taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können, und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Diese Verse würde ich durchaus auf das Volk Israel, insbesondere auf den abgetrennten nördlichen Teil, deuten wollen. Sie kehren nicht um, sie tun nicht Buße für ihre Zauberei, Hurerei und Dieberei. Zumindest wird in diesem Siegel beschrieben, dass ein riesiges Volk vom Euphrat kommt. Wohin dieses Volk zieht, wird uns nicht berichtet, aber im Zusammenhang der biblischen Prophetie, insbesondere aus dem Alten Testament, insbesondere auch in Verbindung mit Jesaja 7, 8, 9, kann man das entweder auf die antiken Assyrer oder hier insbesondere, weil es über die Zukunft spricht, auf dieses neo-assyrische Weltreich deuten, was von dem großen Wasserstrom Euphrat sich aufmacht und nach Syrien zieht, dort Damaskus zerstört und sich in Hamageddon lagert. Deswegen habe ich die sechste Posaune hierhin angeordnet, das ist gegen Ende der 70. Jahrwoche. Der Wasserstrom Euphrat wird in Offenbarung 16 auch nochmal erwähnt, und zwar in Vers 12, dann aber im Zusammenhang mit den Schalengerichten. Wer sich für die Siegel, Posaunen und Schalengerichte interessiert, der möge bitte die Videos hier zu anschauen. Im Detail kann ich die jetzt hier nicht erklären, weil das den Rahmen dessen springt, was wir hier uns anschauen wollen. Aber zumindest sei gesagt, dass ich der Auffassung bin, dass die Siegelgerichte, die Posaunengerichte und die Schalengerichte sich vom Allgemeinen zum Besonderen bewegen. Das heißt also, die Siegelgerichte beinhalten noch die ganze Weltgeschichte, die Posaunengerichte beinhalten speziell fokussiert die Geschichte Israels und die Schalengerichte befassen sich insbesondere mit den Ereignissen während der letzten 70. Jahrwoche. Also das geht wie so ein Zoom von der Weltgeschichte über Israel und zum Schluss dann ganz detailliert auf die 70. Jahrwoche konzentriert. Und hier in Offenbarung 16 steht auf Vers 12, und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat. Das ist im Prinzip genau das, was wir vorher auch in Offenbarung 9 gelesen haben, aber nochmal aus einer detaillierteren Perspektive heraus. Der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat und das Wasser vertrocknete, auf das bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne, also von Osten. Und zwar den Königen, die am Wasserstrom Euphrat sind oder über diesen Wasserstrom Euphrat ziehen müssen. Das ist dieses neo-asirische Reich. Also hier wird beschrieben, dass einerseits die Könige vom Aufgang der Sonne vom Euphrat kommen. Das ist dieses neo-asyrische Reich, was in Syrien Damaskus zerstört, die Hauptstadt des Antichristen, und sich dann in Hamageddon lagert. Und auf der anderen Seite aus diesem neo-seleukidischen Reich, aus dem Weltreich des Antichristen, dieses Tieres aus dem Meer, der auch seine Truppen sammelt. Und zwar gehen aus dem Mund des Drachen, das ist der Teufel, aus dem Mund des Tieres, das ist der Antichrist, und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister. Und auch die sammeln die von ihnen besiegten Könige und Königreichs, auf diesen letzten großen Streit, auf den Tag Gottes des Allmächtigen. Man steht in Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Das ist ein Aufruf an uns und an alle, die dann leben, dass sie wachsam sind, dass sie sich heiligen, dass sie nicht in Sünde fallen, dass sie sich von Sünde fernhalten und sich nicht von diesem Geist anstecken lassen sollen, der ausgegangen ist auf den ganzen Kreis der Welt. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Hamageddon. Da sind wir jetzt am Kernpunkt dessen, was wir uns bisher angeschaut haben. Das heißt, wir wären hier auf der einen Seite zur Zeit der sechsten Posaune und auf der anderen Seite zur Zeit der sechsten Zornschale. Beide reden von dem gleichen Ereignis. Die Verse in Offenbarung 16 konkretisieren noch einmal das, was schon in Offenbarung 9 angesprochen wurde und ergänzen, dass hier die Könige der Erde versammelt werden an einem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Das heißt also, der Antichrist hat alle seine Könige und Reiche zusammengezogen und nach Hamageddon beordert. Und dasselbe haben auch die Neo-Asyrer getan. Und dort treffen sie sich, dort werden sie versammelt. Hier steht nichts davon, dass eine Schlacht geschlagen wird. Hier steht nur, dass sie versammelt werden. Im vergangenen Clip habe ich schon gesagt, dass die dann hinaufziehen nach Jerusalem, weil die Entrückung geschehen ist, weil sich ein Teil der Israelis, als sie die Entrückung gesehen haben, vom Antichrist losgesagt haben, so wie Ton und Eisen nicht aneinander halten können und sich nach Jerusalem geflüchtet haben in die Ruinen dieser zerstörten Stadt. Und dass dann alle diese in Hamageddon versammelten Könige gemeinsam hinaufziehen nach Jerusalem und dort zu dem Streit zusammenkommen auf den großen Tag Gottes des Allmächtigen. Wenn sie dann im Tal Josaphat versammelt werden, das schauen wir uns in einem separaten Clip an. Ich wollte euch das gerne nur noch weitergeben, wie man die Posaunengerichte und die Zornschalengerichte hier in unsere Zeitschiene eintragen kann und wie sehr deckungsgleich der Inhalt der sechsten Posaune mit dem Inhalt der sechsten Schale ist. Am Ende dann, wenn die Entrückung kommt, dann wird die siebte Posaune geblasen. Damit ist dann das Geheimnis Gottes offenbart. In Offenbarung 11 steht und der siebente Engel posaunte und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Stühlen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten an und sprachen, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und warst, dass du hast angenommen deine große Kraft und herrschest. Und die Heiden sind zornig geworden, das ist der Neo-Assyrer und der Antichrist, die sich gerade in Hamageddon lagern. Und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit der Toten zu richten und zu geben, den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen. Das sind alle, die die geglaubt haben. Die sind entrückt, die sind jetzt im Himmel, denen wird ihr Lohn gegeben, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und die werden später dann auch mit Christus vom Himmel herabkommen und gegen den Antichristen und die Neo-Assyrer kämpfen, wenn die im Tal Josaphat versammelt sind. Es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit der Toten zu richten und zu geben, den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen und zu verderben, die die Erde verderbt haben. Das ist das, wenn Christus vom Himmel kommt, um sein Reich aufzurichten, um das Wesen des Antichristen endgültig zu beenden und die Zeit der Nationen und die Zeit der Hure Babylon und die Zeit der ganzen sündigen Welt zu beenden und sein Reich aufzurichten. Und der Tempel Gottes war aufgetan im Himmel und die Lade seines Bundes war in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Hier wird erstaunlicherweise von der Bundeslade gesprochen, die ja eigentlich seit der babylonischen Gefangenschaft verschollen war. Diese Bundeslade wird aber im Himmel gezeigt. Es geht nicht um irgendeine Bundeslade, die auf der Erde irgendwo noch wäre, die Wert hätte für Gott. Das ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu Christi, die quasi den Korpus darstellt aus Holz. Wer vergoldet ist, so sind wir überkleidet mit der Gerechtigkeit Christi. In uns selbst sind wir bloßes Holz, aber durch die Gerechtigkeit Christi dürfen wir überkleidet sein. Diese Bundeslade stand im Allerheiligsten, da wo auch wir hinberufen sind als Gemeinde Jesu Christi. Diese Bundeslade hat einen Deckel, die ist gekrönt mit einem goldenen Deckel. Dieser Deckel ist aus getriebenem, reinen, purem Gold, massivem Gold. Das ist ein Bild auf Jesus Christus, der das Haupt ist der Gemeinde. Das zusammen, der Deckel, dieser goldene Sühnedeckel und der Korpus der Lade, die bilden zusammen die Gemeinde Jesu und die sind zusammen ein Bild auf Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde und auf die Gemeinde selber. In der Bundeslade drin waren die zehn Gebote, das Wort Gottes, das in uns ist, weil wir aus dem Wort Gottes gezeugt sind, weil wir das Wort Gottes essen, weil wir Gottes Wort an die Welt sind durch Christi Gnade. In der Bundeslade war auch der Stab Aarons, der gegrünt hatte, als ein Bild auf das Priestertum, das Frucht trägt durch den großen, hohen Priester, unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Bundeslade wurde im Himmel gesehen. Der Tempel Gottes wurde aufgetan im Himmel. Also es gibt auch ein himmlisches Abbild dessen, was auf der Erde ist. Der Tempel Gottes wurde aufgetan im Himmel und die Lade seines Bundes war in seinem Tempel gesehen. Das Heiligtum ist also jetzt wieder hergestellt im Himmel und wird auch bald auf der Erde wieder hergestellt sein, wenn im Anschluss hieran Christus mit seiner Gemeinde hinabzieht, vom Himmel herab auf den Ölberg kommen wird, gegen den Antichristen kämpfen wird und sein Reich aufrichten wird weltweit. Das ist dann der Inhalt der siebten Posaune. Und wenn wir dann nochmal einen Sprung machen in Offenbarung 16, dann steht auch hier von der siebten Schale, da steht in Vers 17, und der siebente Engel goss aus, seine Schale in die Luft. Und es ging aus, eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl oder aus dem Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze. Und ward ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind. Solch Erdbeben also groß. Und aus der großen Stadt, Jerusalem, wurden drei Teile, so als ob der Tempel wieder entsteht in Jerusalem, ja. Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Und die Städte der Heiden fielen. Also keine Stadt der Nationen herrscht mehr über die Erde. Und Babylon der Großen ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn. Also auch die Hure Babylon wird hier endgültig gerichtet. Und alle Inseln entflohen und keine Berge wurden gefunden. Und ein großer Hagel wie ein Zentner fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott über die Plage des Hagels, denn seine Plage war sehr groß. Da kommt dann schlussendlich das Gericht vom Himmel herab. Auch hier mit sehr verschlüsselten Worten und Bildern. Gleichnisshaft wird hier dieses Endgericht dargestellt, das vom Himmel herab sich auf die Erde ergießt. Wenn Christus kommt, dann nicht zum Heil, sondern zum Gericht. Danach kommt dann Offenbarung 17. Da wird dann gesprochen von der Hure Babylon. Da steht Vers 1 und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure, die da an vielen Wassern sitzt, mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden und die da wohnen auf Erden, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Das ist eine geistliche Wüste, die dort gezeigt wird. Das ist eine verwüstete Gegend, ein verwüsteter Ort. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, auf einem rötlichen Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Diese Hure Babylon ist Jerusalem. Und dieses Tier mit den sieben Häuptern und den zehn Hörnern, das ist ein Bild auf das antichristliche Reich. Denn die sieben Häupter stehen für die sieben Selogidenkönige aus Daniel 11 und der Antichrist ist der achte, der von den sieben ist und in die Verdammnis fährt, so sagt die Offenbarung. Da habe ich jetzt nicht die Zeit für das zu erklären. Die die Clips angesehen haben, wissen, was ich meine. Die zehn Hörner stehen für die Neo-Dekapolis. Das war der Beginn des antichristlichen Reiches. Der Antichrist selbst aus Damaskus, aus der Dekapolis kam der falsche Prophet, der den Norden Israels dann usurpiert und in ein Bündnis geht mit dem Antichristen für sieben Jahre. Damaskus, das die Hauptstadt Syriens war. Syrien war das vorige Selogidenreich. Die Selogiden gehörten zu den vier Diadochen. Die Diadochen gehörten zu Alexander dem Großen. Und dieses griechisch-diadochisch-selogidisch-syrische Reich, das wird hier mit den sieben Häuptern bezeichnet. Und die zehn Hörner stehen für die Neo-Dekapolis. Und die Hure Babylon, Jerusalem, ist mit ihnen dann auch in den Bund gegangen. Und zwar in den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der siebzigsten Jahrwoche, als der falsche Prophet dort geherrscht hat und zu Beginn der zweiten Hälfte der siebzigsten Jahrwoche der Antichrist sich dort als Gott hat feiern lassen. Viele sagen, die Hure Babylon sei Rom. Dafür ist Rom zu jung. Die Hure Babylon ist die Mutter aller Hurerei. Rom ist dafür zu jung. Auch wenn Rom sicher eine große Tochter ihrer Mutter ist, ist ihre Mutter doch sehr viel älter und hat ihren Ursprung in Jerusalem. Deswegen steht hier auch, wo das Weib war, bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis. Das ist nichts, was man groß vor Augen sehen könnte. Das Geheimnis der Hure Babylon ist sehr viel größer, als wir uns das vorstellen können. Die Hure Babylon selber gibt sich nicht zu erkennen. Die schiebt andere vor. Wir sehen sie hier beschrieben als jemand, der einen Becher in der Hand hat, einen goldenen Becher voller Gräuel, Unsauberkeit, Hurerei, schmutzig, lügenhaft, voller Täuschung, voller Bosheit. Die große Babylon steht hier, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Also alles, was ein Gräuel ist, was ihr heute vielleicht im Fernsehen seht und in den Medien hört, das hat seinen Ursprung in dieser Hure Babylon, der Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man das liest. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blute der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, da ich sie sah. Denn Johannes hätte nicht damit gerechnet, dass das, was er dort sieht, tatsächlich die Hure Babylon wäre. Dieses Geheimnis ist groß. Es ist nicht zu erklären, jedenfalls nicht der Masse der Leute. Weil wenn man anfängt, das zu erklären, wendet sich ohnehin jeder ungläubig ab. Warum? Weil die Hure Babylon seit Jahrtausenden lügt und viele dieser Lüge glauben, viele auch dieser Täuschung aufgesessen sind, viele nicht unterscheiden können, dass das, was sie von der Hure Babylon hören und sehen, überall in den Medien und wo auch immer ihr euch umschaut, gelogen ist, Lüge ist und die Hure Babylon aus der Wahrheit eine Lüge macht und aus der Lüge eine Wahrheit, aus Gut Böse macht und aus Böse Gut, aus Süß-Sauer oder Bitter und aus Bitterem Süße, so wie Jesaja sagt. Und diese Täuschung viele Menschen auch heute beeinflussen, ist tief in ihr Herz hinein. Und da rauszufinden und zunächst einmal die Wahrheit des Evangeliums zu finden und sich darin auch zu Hause zu machen und fest zu machen und im Evangelium fest zu werden, das ist das Erste und das ist das Wichtigste, bevor man sich mit so Gedanken auseinandersetzt, wie rauszubekommen, wer die Hure Babylon ist. Zutiefst und zuletzt können wir das nicht beschreiben, kann ich das auch nicht beschreiben, weil das geht sehr, sehr tief in sehr tiefe, okkulte, finstere Dinge hinein, die ohnehin niemand belegen kann. Das, was wir in Händen haben, das ist die Heilige Schrift und das, was jemand sagt oder predigt oder verkündigt, das kann jeder in seiner Bibel nachlesen. Das ist der große Segen, den wir haben. Wenn man diesen Theorien über die Hure Babylon nachgehen will, dann kann man alle möglichen Quellen nennen, aber man weiß ja auch nicht, ob diese Quellen dann wieder verlässlich sind. Viele akzeptieren dann die Quellen nicht. Dann gibt es da natürlich auch große Verwirrung. Dann stellt sich heraus, dass eine Quelle nicht verlässlich gewesen ist. Ja, da werden andere Quellen wieder rangeholt. Dann wissen wir auch, dass Videos oder Figuren oder Personen heute virtuell dargestellt werden können und denen alle möglichen Worte in den Mund gelegt werden können. Ja, das sind Dinge, die sich immer im Wagen bewegen und auch bewegen müssen und auch bleiben. Im Unterschied dazu haben wir Gottes Wort. Im Unterschied dazu haben wir die Bibel. Und die Bibeln, die ihr heute habt, um das auch noch mal zu sagen, die sind nicht verfälscht. Es gibt Übersetzungsvarianten, aber die sind marginal ändern, die sich. Ich benutze auch verschiedene Bibeln. Ich lese jetzt hier die 1912er Luther, weil ich mich daran gewöhnt habe. Ich habe die Bibel seit 30 Jahren. Aber auch wenn ihr eine modernere Übersetzung nehmt oder wenn ihr eine Übertragung nehmt, dann hilft das nur, den Text auch zu verstehen. Und wer kann und wer Lust hat, der kann auch Griechisch lernen oder Hebräisch. Man kann sich in den Text dann auch vertiefen. Der große Segen, den wir haben, ist, dass die Bibel das meistgedrucktestste Buch der Welt ist. Und alles, was wir behaupten, was wir sagen, was wir predigen, was wir verkündigen, muss sich an diesem Wort Gottes messen und messen lassen. Das ist in diesem ganzen Wirrwarr dieser endzeitlichen babylonischen Zeit die einzige Quelle der Wahrheit, die uns übrig bleibt. Es gibt keine andere Quelle mehr. Und die Verwirrung über diese ganzen Ereignisse in der Welt, die wird nur noch viel größer werden. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir eine Bibel haben. Und jeder, der eine Bibel hat, kann das, was gepredigt wird über Jesus Christus, über Prophetie, über die Endzeit, über Rechtfertigung, über Glauben, über Auferstehung, über ewiges Leben in seiner Bibel nachprüfen und nachlesen. Das setzt aber voraus. Und da kommt ihr nicht drum rum, dass ihr die Bibel lest. Ihr müsst die Bibel lesen und ihr müsst mit Gottes Wort vertraut werden. Ihr habt keine andere Chance. Es gibt keine andere Möglichkeit, sonst lauft ihr von einem Prediger, von einem Verkündiger zum nächsten. Der eine ist Fan von jenem Pastor und der eine ist Fan von jedem Prediger und der andere ist wieder von diesem. Und der eine hat diese Meinung und der andere hat jene Meinung und die Verwirrung wird nur noch größer. Ihr habt keine andere Chance. Ihr müsst die Bibel lesen und müsst sie kennenlernen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr vielleicht die ein oder andere Sichtweise übernommen habt von dem ein oder anderen. Im Lauf eures Glaubenslebens zeigt euch der Herr, welche Auslegungen richtig sind, weil ihr das an der Bibel nachvollzieht und weil jeder selber seine eigene Bibel hat. Dann hat man vielleicht mal eine Meinung übernommen, die man nachher wieder revidieren muss. Das ist überhaupt nicht schlimm. Auch Gott ist da gnädig mit uns und auch barmherzig und er weiß auch, dass das, was wir wissen und das, was wir vielleicht noch nicht wissen. Paulus sagt auch, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Nur das, was wir erkannt haben, daran wollen wir festhalten. Ihr habt keine andere Möglichkeit als in diesen finsteren, okkulten, satanischen Zeiten, die sich jetzt ja schon abzeichnen. Ihr habt keine andere Chance, als dass ihr die Bibel euch zur Hand nimmt und die Bibel lest. Ich kann euch nichts Wichtigeres sagen. Faltet die Hände, betet zu Jesus Christus und sagt, Herr Jesus, gib mir Licht und Verstand, dass ich verstehe, was da geschrieben steht. Amen. Da macht ihr die Bibel auf, und dann lest ihr. Ja, es gibt Bibeln, da kann man in einem Jahr durch die Bibel lesen. Die sind so besonders geordnet, kapitelweise und abschnittsweise, sodass man jeden Tag einen Abschnitt lesen kann. Dann kommt man in einem Jahr durch die Bibel. Ihr könnt euch, wenn ihr ein Kapitel gelesen habt in der Bibel, ein kleines Strichlein machen, oben neben die Überschrift. Dann wisst ihr, wie oft ihr das Kapitel gelesen habt. Dann seht ihr, oh, hier sind ja noch gar keine Striche oder zu wenig. Da muss ich nochmal den Joel lesen oder den Habakuk oder den Sahaja oder den Paulus nochmal. Ja, so kann man sich sein Bibelstudium ein bisschen abwechselnd machen. Man kann abwechselnd zwischen Alten und Neuen Testament. Man kann sich immer wieder mal einen Psalm nehmen. Ja, man kann die Sprüche lesen, ganz wertvoll. Ihr müsst die Bibel kennenlernen. Ihr habt keine andere Chance. Wenn ihr die Bibel kennt, dann könnt ihr die Verkündigungen hören. Und dann wird der Geist Gottes euch zeigen, durch das, was ihr in der Bibel gelesen habt, was ihr von dieser Verkündigung übernehmen könnt in euer Glaubensleben und was ihr verwerfen müsst. Und dann werdet ihr immer fester und klarer in eurem Glauben. Das, was sehr, sehr wertvoll ist. Wer voll Wort ist, ist voll Geist. Wer voll Geist ist, ist voll Wort. Wenn ihr voll Geist werden wollt, dann dürft ihr nicht schwärmerisch werden. Dann müsst ihr euch eure Bibel nehmen und lesen. Das Wort Gottes ist Geist. Und wenn ihr das Wort Gottes aufnehmt und vielleicht auch auswendig lernt, dann habt ihr den unmittelbarsten, direktesten Zugang zum Geist Gottes, der sich in seinem Wort geoffenbart hat. Denn Gott ist Geist und Gott ist das Wort und das Wort ist Geist. Und der Geist ist Gott. Das ist eins. Und wenn ihr Kontakt zu Gott und zu Gottes Geist haben wollt, lest die Bibel. Ich kann das nicht deutlich genug sagen. Ich möchte damit schließen. Jetzt habe ich eigentlich ein ganz anderes Thema behandelt, als ich wollte, weil wir wollten uns ja mit dem Zeitstrahl beschäftigen, wer sich mit der Schlacht von Hamageddon oder mit der 70. Jahrhaut oder auch beschäftigt. Aber ich finde das so zentral wichtig, dass ich euch das gerne hier mitgebe und mitgeben möchte und vielleicht auch muss. Lest die Bibel. Lernt Gottes Wort kennen. Das ist lebenswichtig für euch. Okay, jetzt haben wir Offenbarung gelesen. 9 und 17 und mit Posaunen und so weiter uns das alles angeschaut. So ist die Sichtweise, die ich da habe. Prüft das an der Bibel nach. Betet darüber. Und da möchte Gott uns Licht geben und Verständnis für die Nachfolge unserem Herrn Jesus Christus nach, der da kommt. Das ist in diesen ganzen verworrenen Zeiten, die wir haben, ein wichtiges Licht, das wir uns nicht nehmen lassen. Euch alles Gute. Gottes Segen. Bleibt gesund. Bleibt bei Jesus Christus. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Ich wünsche euch alles Gute. Gottes Segen. Bis bald. Gottes Segen. 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 Vielen Dank.